Willkommen zurück ... auf unserem Kanal, my little 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 Freut mich, dass du heute wieder dabei bist! und in dem heutigen Video habe ich mal wieder meine aktuellen Lieblings-Trigger, also meine Favoriten für euch und ich dachte mir, das letzte Video ist ja schon eine ganze Weile her, aber damit es nicht langweilig wird und ich natürlich nicht immer dieselben Trigger verwende, dachte ich mir, mache ich immer so meine neuesten oder meine letzten Favoriten, also Lieblings-Trigger, die so eventuell neu dazugekommen sind in den letzten paar Wochen oder die ich halt jetzt einfach total gerne mag und ich vorher vielleicht noch nicht mochte. Ich hoffe, so ist es nicht ganz so langweilig, langweilig, langweilig. Also, lehn dich zurück und relax, 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 relax. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir noch weiter wachsen und schau gerne mal in der Infobox vorbei für meine sozialen Medien wie Instagram, Patreon oder auch Onlyfans und ich mache auch Custom-Videos, also falls du da mal interessiert sein solltest, dann schreib mir gerne ein E-Mail, okay? Aber jetzt, let's get started. Okay, dann kommen wir auch direkt zu meinem ersten Lieblings-Trigger in letzter Zeit und zwar mochte ich diesen Trigger vorher wirklich überhaupt nicht, würde ich sagen, aber in letzter Zeit finde ich speziell diese Gerüche. Wirklich, 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 wirklich toll, also hört es euch mal an. Wirklich, 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 wirklich toll, also hört es euch mal an. Wirklich, wirklich toll, also hört es euch mal an- und bei mir ist das ja sowieso immer sehr, sehr tapping-lastig, das wisst ihr wahrscheinlich, denn tapping ist halt einfach mein absoluter Lieblings-Trigger und es gibt nichts Besseres. Okay, dann gehen wir über zum nächsten. Nein, kein Face-Brushing, tapping, denn ich finde diese Geräusche von den Pinsel-Tapping, das ist so ein underrated Trigger und ich liebe ihn so, 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 so sehr, Leute. Okay, dann gehen wir mal. Okay? Okay? Okay. 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Hände. Obwohl ich sagen muss, dass ich Face Brush in letzter Zeit auch sehr gerne mag. Mike Brushing ist tatsächlich nicht so meins. Aber das finde ich sehr entspannend. Okay, das bringt uns zu dem nächsten Checkout. Was ist das dieses Mal? Cardboard Tapping oder Card Tapping? Ich glaube, Card Tapping ist das richtige Wort. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich... Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Ich mache das früher auch nicht ganz so gerne, weil es mir eigentlich zu langweilig war. Aber da mag ich halt vor allem dieses etwas langsame. In dem Zuge möchte ich euch auch gleich etwas vorstellen, was mir sehr am Herzen liegt. Denn ich glaube, jeder von uns braucht guten Schlaf. Und ich habe wirklich lange, 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 lange gesucht. Weil ich habe wirklich, wirklich starke Einschlafprobleme. Ich brauche unglaublich lange. Es ist für mich alles unbequem. Klar, ASMR hilft mir da zum Teil. Denn ich höre mir das gerne an. Aber zum Teil sind manche Videos einfach viel zu interessant. Und da kann ich halt nicht dabei einschlafen. Und das ist auch immer so mein Problem. Daher möchte ich euch gerne einmal Zammat vorstellen. Das ist ein ganz, 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 ganz tolles Unternehmen mit super, super freundlichen Leuten. Also, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe von denen ein Kissen zugesteckt bekommen, welches ich mir aussuchen durfte. Und ich war erst ein bisschen. Ich lese euch das gerne mal vor. Denn das ist wirklich interessant. Da wisst ihr bescheiden. Da wisst ihr bescheiden. Ich zeige euch jetzt auch mal mein Kissen. Denn ich habe mir ein ganz besonderes ausgesucht. Und das sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig aus. Aber ihr seht, von der Seite sieht das so aus. Schlafen tue ich so. Gar nicht so einfach, euch das zu zeigen. Seht ihr das? Also, hier haben wir diese Kohle, in der ich halt dann schlafe. Und hier geht es ein bisschen höher. Also, das ist da vorne. Und von hinten sieht es so aus. Du kannst es natürlich auch so rumnutzen, wenn dir das zu niedrig ist. Also, es ist auch auf jeden Fall flexibel. Ich lege es mal wieder weg. Und ich bin absolut in love. Und das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Meine komplett ehrliche Meinung. Ich bin absolut begeistert. Nicht nur von dieser Brand, sondern auch von den Menschen, die dahinter stecken. Oder generell. Dieses Thema ist sowieso wichtig. Denn ich hatte wirklich Probleme damit. Und ich habe lange gesucht. Wie gesagt, alles von Amazon hat nicht funktioniert. Ich konnte einfach nicht ordentlich, wirklich, 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 wirklich genervt. Der einzige klitzekleine Nachteil an diesem Kissen ist, dass ich nicht mit meinem Hund zusammen darauf schlafen kann. Nein Leute, das ist natürlich nur ein Spaß. Aber ihr müsst wissen, mein Hund, der darf bei mir mit dem Bett schlafen. Warum auch immer. Mein Hund braucht immer ein Kissen. Also, er möchte sich immer auf ein Kissen legen. Und wenn ich halt zu langsam bin, dann liegt er zuerst in dieser Kuhle. Und, naja. Zu zweit passt das dann halt nicht so ganz gut. Weil wir will nicht beide in diese Kuhle reinpassen. Ist natürlich nur ein Spaß, Leute. Jedem Designer ist auch okay, wenn euer Hund nicht mit dem Bett schlafen. Und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch. Wenn ihr daran interessiert seid, ich blende euch den hier mal irgendwo ein. Und schaut in der Infobox vorbei. Da steht auch alles drin. Wie gesagt, die Seite ist www.zummatslieb.com Tut mir einen gefallen und schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ihr könnt gerne meinen Rabattcode nutzen, denn sonst wäre es natürlich langweilig. Und wenn ich nicht so überzeugt davon wäre, würde ich euch das jetzt nicht zeigen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich nicht oft Werbung mache. Beziehungsweise eigentlich nie. Weil, ja. Bin halt nicht so ich. Aber das ist wirklich... Wenn ihr dieses Kissen schon anfassen würdet, ihr würdet einfach merken, oh mein Gott, wie weich es ist. Ich bräuchte nicht mal einen Kissenbezug. So gut fühlt sich das an. Und ich glaube, für den Sommer ist diese Cooling-Funktion auch wirklich, wirklich gut. Hier habe ich erstmal Verpackungstabbing bei euch. Denn das gehört definitiv auch mit zu meinen Lieblingen. Und danach mache ich aber noch ein paar Sounds mit dem Inneren. Weil ich nur ein Gehenaker habe aus sådan, dieひitlinge am Abend invariantenしました. Also fahren und fahren, weil ich shaue dich vergessen, mich liebens. Trauer ihnen auch überässig war. Denn das, was mir eigentlich gut gefällt, ist hier drin. Und zwar finde ich, dass ich speziell diese guten Dinger von The Ordinary unfassbar gut anhören, sei es das Tapping hier drauf. Einfach alles, aber heute geht es speziell um diesen Sound. Achtung, das ist schon mal so. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich davon nichts verschütte oder nichts daneben kommt, denn das ist rot und geht relativ schwer wieder aus den Klammern raus. Okay, bei dem Nächstes ganz, 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 ganz wichtig, Boke Tapping und ich liebe es. Seitdem ich ASMR kenne, ist das mit mein absoluter Favorit und ich musste ihn einfach mit einbringen. Vor allem habe ich diese kleinen Bücher, die auch glatt sind und da finde ich, hört es sich besonders gut drauf an. Also, wie soll ich hin? Also, der Klammern raus. Ja, ich glaube, das war immer sehr. Aber kann man das immer schütte? Sie werden ja nur beiðregeln. So, wir belegen die Klammern raus. Und da sind schütte, der Klammern rausgeist, die ja auch hier stehen. Und dann wissen Sie besser, dass er auch hier in der Klammern rausgeist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alles hört sich auf diesen Büchern gut an, selbst dieses Finger Okay, meine Lieben, dann kommen wir zu ein paar Don't You Swirls, denn wer liebt es nicht? Bun! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, und dann kommen wir zu meinem letzten Trigger. Das ist dieses gute Stück hier. Eine Blumenwasser mit Wasser, das heißt ein bisschen Glästöpfe. Und da war speziell auch dieses Geräusch. Frage mich bitte nicht wieso, aber ich finde, das hört sich so gut an. Ich habe das früher nie gemacht, aber jetzt liebe ich es. Ich habe allerdings keinen Namen dafür, also ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe das hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin natürlich ganz vorsichtig, denn ich möchte, dass meine Blumen auch eine ganze Weile halten. Das waren übrigens... Und das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dass es dir mega gut gefallen hat und dass du gut dabei entspannen konntest. Wenn du es mochtest, gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Das bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Und wir sehen uns bestimmt ganz, ganz bald wieder. Bye-bye.